Herzlich Willkommen zurück zu Lightyear Frontier. Der Händler reißt ab, der Händler reißt ab. Wieso haben die Augen aus dem Boden geguckt? Was ist das denn, Fincher? Da hast du die Regenwürme entdeckt. Die Pärchen da so rumknuddeln. Ja, die haben sich verdreht. Ja, das sind wir. Wir sind auch verdreht, ja das stimmt. Ja, aber verdreht im Kopf. Wir sind verdreht im Kopf und die sind verdreht und können sich nicht mehr loslassen. Also wir können uns auch nicht mehr loslassen, aber wir sind nur im Kopf verdreht. Kann man die auch füttern? Ja klar, aber da brauchst du das Saure für. Die sehen aber aus wie Schlangen. Wie cool? Wie stehen die aus? Übrigens, wenn du die nicht mit dem Mech gedingst, dann bleiben die auch draußen, wenn du aussteigst. Nee, die bleiben die ganze Zeit drauf. Ja gut, jetzt regnet es nicht mehr. Vielleicht ist es dann ein bisschen anders bei dir. Also wenn du mit dem Mech dahin gehst, hauen sie ab. Echt? Hm. Ich glaube es wird schon wieder dunkel. Du hast ein blaues Ding vergessen. Ich kann es nicht machen. Mann. Ja, was für ein blaues Ding vergessen? Das Tal hier um die Ecke. Echt? Ja, dann ist der nachgewachsen. Hast du schon mal dran gedacht, dass wir einen neuen Tag haben? Nein. Ist nichts nachgewachsen. Dann werden die anderen ja auch wieder da. Die Lenperlerin will sich noch rausreden. Ja, nicht alle. Die will sich noch wieder rausreden. Nee, 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 nee. Aua. Ui. Juhu. Was machst du da? Aua. Ich empfehle dich im Wald. Pupp. Ich hab den, ich hab den Vogel angespritzt. Das stimmt. Dann hat er sich, dann hat er sich erschrocken und ist weggelaufen. Was für ein Binnig. Dann bin ich auch weggelaufen. Wie ist denn die Wettervorhersage? Alter, bist wolkig. Oh, morgen gibt's Regen. Na toll. Und jetzt ist eh Abend. Hätte ich ja sogar kein Wasser holen müssen. Vielen Dank dafür, Leute. Vielen Dank. Aua. Ich bin wieder vorgelaufen. Ähm. 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 Aber das ist sehr trocken alles hier, was du hier hast. Ich hab gerade alles nass gemacht. Erzähl keinen. Wenn du dich ein bisschen ran hältst, die ganze Karte aufzudecken, dann lade ich auch eine Karte hoch, wo alle Sachen eingekreist sind, wo man die findet. Hier diese, also wo man Aluminium am meisten findet, wo man Kupfer am meisten findet und so. Wie die letzte hoch. Ja, bei mir auf dem Block. So. Ist da noch was drin? Ja. Ist das sicher, dass du da all bei all? Hast du, hast du was abgeerntet hier oder so? Ja. Alles, was eben dran war, was ich in die Kisten getan hab, was ich dir jetzt mir einfach gesagt hab. Als die eben. Als du mich alleine gelassen hast. Du hast kein Wurzelöl mehr gemacht. Und Zappelzweigöl hast du auch nicht gemacht. Ja, das was da oben gerade gemacht wird, das ist noch von, äh doch dieses Zappeldingsbumsöl. Das habe ich doch gemacht. Ich bin ja unten gerade noch Aluminium am holen, ich komm gleich wieder. Aber das Öl brauche ich, um aufzubauen, was ich da gemacht hab. Oh, natürlich bin ich wieder Öl. Zappelöl. Ich brauche noch neun Stück. Dann macht er die aber da, wo es überdacht ist. Hä? Wie? Wie überdacht ist? Da, wo es überdacht ist. Wie ich mehrfach gesagt hab, dass es da schneller gehen soll. Oder effizienter, was weiß ich, vielleicht braucht man weniger, ich hab keine Ahnung. Ja, aber ich hab ja gar keine Samen, äh, ich hab gar kein Zeug. Ich muss erst das Zeug haben. Warum hast du noch keinen Stahlrahmen gemacht von diesen Fraktilbarren? Weil wir vielleicht... Doch, warte mal, wir haben doch irgendwo Stahl... Ne. Haben wir jetzt Stahl gesehen oder nicht? Aua. Ich brauche unbedingt Futter. Ich muss mal wissen, äh, wo die Viecher sind, wo, wo, ähm... Also was diese, die, diese, ähm, mit dem Saueren da, was die zum Beispiel machen, weißt du? Wieso steht hier hinten jetzt auch noch so ein dämlicher Baum im Weg rum? Du hast Wappelzweigöl entdeckt. So, eine Kompostkiste. Wir können... Keine Ahnung, was da reinmachen. Hm? Ich mach mal fünf von den... Achso, man braucht insgesamt zehn, oder was? Jetzt hab ich... Fünf plus drei ist für unseren PC, also für das Ding hier, zehn. Okay. Gut. Gut, dass wir das schon mal geklärt haben. Ähm... Achso, jetzt kann ich keins mehr machen. Was ist mit dem Mürzelöl? Brauchst du da jetzt noch was von? Ja, neun. Ja, neun. So, ich hab jetzt neun in der Warteschlange. Haben wir Eisenteile noch? Nee, ne? Äh, nee, oder? Warte mal. Hab ich die... Konnte ich die nicht mehr reintun? Aluminium. Kupfer. Nee. Also, entweder ist das da drin, oder wir hatten nichts mehr übrig, dass ich das genau dafür machen musste. Äh, ich mach die Zapper-Dingsbums-Samen, mach hier noch rein. So, die blauen wolltest du ja nicht. Äh, Rot-Rotkopf-Dingsbums, brauchen wir die auch? Rotkohl? Nee, wir brauchen erstmal... Ja, die bräuchst du, wenn du diesen Schlauch auch verbessern willst. Na, das heißt, da müssen wir trotzdem wieder viel reinmachen. Okay. Ich hab jetzt mal alles damit aufgefüllt. Ich will ja... eigentlich will ich ja alles verbessern. Da ist alles voll. Und hier... passt auch nichts mehr rein. Nee, gut. Dann wird's schon wieder hell. Das heißt, bald... Hast du jetzt das Weichholz geholt? Achso, das kann ich mal holen. Ja, warte. Oh! Epi ist ein bisschen weich in der Birne. Das ist das Problem. Deswegen holt der kein Weichholz. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Hallo! Hallo! Ich kann gar nicht fliegen. Scheiße, ich bin überladen. Pass aber auf, gleich kommt dieses Video, was du dir angucken willst. Nehme ich an. Das ist ein Video. Das ist voll. Das Video, was du dir angucken kannst. Oh! Man kann einen Schachbrett machen. Aber dafür braucht man einen Eisenrahmen. Oh, da sind coole Sachen bei. Mach mal ein bisschen... Ich kann einen Torpfosten hinstellen. Oh, oh, oh! Den machen wir auf jeden Fall. Den machen wir auf jeden Fall. Verballer nicht dieses Öl. Wehe! Nein, das ist zweimal Lehm. Also den... Warte mal. Ich muss... Aber ich habe kein Lehm dabei. Hattest du Lehm benutzt? Oder, ähm... Ich habe es in die Kiste getan. Ich habe nur eins gemacht. Ne, ich hatte nämlich zweimal reingetan. Dann hole ich das mal eben raus. Achso, das Eis... Achso! Eisenerz. Doch, ich habe doch noch fünf Eisenerz. Zu wenig Kapazität. Oh, ich glaube... Ne, das ist ein Kiefern-Sprassling? Ne, das ist aber ein neuer, den du gerade hast. Ja, aber den habe ich doch schon gehabt, oder nicht? Hallo, ich dachte, dass so Leute regnen. Alter! Jetzt guck dir das an. Der Trappengipfel wurde wieder hergestellt. Hinterrücks und ganz böse vom Epi. Guck mal, da gab es gerade Eisen. Und guck mal, da kommen jetzt neue Pflanzen da hinten. Siehst du das? Ja, das sind nämlich diese Chroma-Pflanzen wahrscheinlich. Chroma-Pflanzen? Die Chroma. Jetzt habe ich gesagt, Treppengipfel warst du, ne? Morgen! Ich hoffe, du hattest eine gute Nacht zu schlafen. Morgen! Vielleicht können wir etwas für das neue Gebäude gefunden, das du gestern gemacht hast. Es wäre ein Schade, dass du es einfach hängen lassen würdest. Hä? Was hast du wieder gefunden hinter meinem Rücken? Was denn? Wofan spricht die? Hä? Hä? Weiß ich nicht. Du weißt nie irgendwas. Ach, jetzt weiß ich aber wieder, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte... Oh, warte mal. Was ist ein Hartholz? Ja, das sind die dicken Bäume. Das sind die großen, oder? Die ich jetzt abbauen kann. Ja, die kurz vorher auch schon abbauen. Du hast ja jetzt das Mega-Update schon. Ne, ich habe ja nur Stufe 2. Ja. Die habe ich aber nicht. Achso, ich habe ja schon Hartholz vorbei. Guck mal. 240 ist... Kann man hier mit dem Schuppen machen. Das ist sehr gut. Okay. Ja. So, auf Eisenerz tue ich dir hier rein. Kupfer habe ich noch ein bisschen. Aluminiumstangen tue ich mit rein. Steinstaub habe ich für irgendetwas. Ja, das Weichdolz reicht noch nicht. Was ist noch mal los? Wie viel Ware brauchen? Als ich mal sagen kann, dass du so viel brauchst. Hm? Ja, ich habe gesagt 30, glaube ich, ne? Ne, das hat man von dir gesagt. Das habe ich so von dir gesagt. Da, guck mal. Ich habe einen wunderschönen kleinen Garten. Wo bist du denn schon wieder? Ich habe einen wunderschönen kleinen Gartenzwerg hingestellt. Der hat nur zwei Lehm gekostet. Also meckern nicht. Boah, die machen nicht so viel. Diese Viecher. Oder brauchte ich die? Was brauche ich denn jetzt für die nächste Verbesserung? Boah, muss dieser Händler mich jetzt so erschrecken? Pass auf. Stachelsägekraft. Hä? Es gibt kein stabiler Materialien zersägen. Erhöht den Schaden der Stachelsäge, damit die Materialien mit weniger treffern. Oh, dafür bräuchte ich einen Energiekern. Den können wir aber wahrscheinlich nicht herstellen, oder? Ja, guck mal, da brauchst du ein Gerät für. Guck mal, was für ein Gerät das ist. Vielleicht haben wir neue Geräte schon freigeschaltet. Also wir haben auf jeden Fall neue Lagerungen freigeschaltet. Wir haben eine große Pflanzenkiste jetzt frei. Gucken wir mal eben. Achso, ich bin in dem Kleinen drin. Ach, scheiße. Moment, ich muss mal kurz hier umschalten. Ähm, so. Ist sie wirklich so viel größer? Ja, doch. Ja, doch. Oh ja. Oh ja. Die Kleinen können wir alle wegwerfen jetzt. Du musst mich da erst mal trocknen und ich roste sonst. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch eine dritte. So ungefähr. Was brauchen wir denn dafür? Pflanzenfaser, Holz und acht Lehm. Äh, Lehm habe ich wo nochmal? Ach, du Sau, geh weg da. Du Sau, du hast das ja schon gemacht. Du hast mir nichts gesagt. Du alter Brummeer, du geh weg da. Ajo, komm mal, komm mal neben mich hier. Guck mal, der Vogel guckt sich das auch mit uns an hier. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Ich sollte nur deinen Namen vielleicht rausmachen. Dann könnten wir auch schöne Fotos machen davon. Ähm, hier, guck mal, wir müssen... Was ist das denn gerade? Wir müssen... Was habe ich gesagt, was wir brauchen? Wir müssen noch sieben Lehm machen und Holz. Holst du mal Holz? Obwohl, ich habe doch Holz in der Kiste da drin. Das ist dem wieder zu weit weg, ne? Nee, wir haben kein Holz mehr. Hier kannst du mal abernten. Doch, ich habe ganz viel Holz hier drin. Ich habe hier 26 noch drin. Sieben Holz brauche ich, oder? Nee, warte mal, das war das andere. Ich gucke nochmal eben nach. Ich gucke nochmal nach. Acht Holz, war ja klar, und ich habe sieben geholt. Sieben Lehm und ein Holz brauche ich jetzt noch. Hast du gar nicht so gesagt, dass wir hier so einen großen Speicher jetzt haben? Was für ein Speicher? Sieben Lehm. Leute, Lehm haben wir. Haben wir das hier mitgemacht? Mit dem Schmelzofen? Nee, das sind die Sachen. Lehm, Lehm ist hier oben. Ich wollte nur mal eben gucken. Doch, Energiekern. Da brauchen wir acht giftige Spore für. Oh, ich kann mir die Erweiterung machen. Nein, 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 nein. Aua, was? Nein, warte. Nein. Doch, ich habe die doch alle hier reingetan extra. Geh weg, ich muss das was anderes erweitern. Ist doch böse. Warum? Was willst du jetzt von mir? Ich baue mir bloß nicht mal Mutzelöl. Wieso denn? Da brauche ich dich. Ach, nee. Oh, das sind giftige Sporen. Hä? Und was habe ich jetzt? Ich habe giftige Schote. Ach, wollen die mich denn verarschen? Wo kriege ich denn die Sporen her? Ach, jetzt sag mir nicht, ich habe die Sporen bekommen, wenn ich die nicht eingesaugt habe. Das wäre jetzt scheiße. Sozusagen wäre das so, ja. Hier auch nur giftige Schote. Aber ich habe auch mal was anderes bekommen, das weiß ich noch. Das ist jetzt richtig scheiße. Jetzt mal ohne Mist. Aber wir können die ja nur daherkriegen, oder nicht? Du hast hier übrigens drei Samen drin in der roten Truhe, wollte ich dir nur gesagt haben. Ja, Samen habe ich ja weggetan wieder. Ach hier, giftige Spore. Warte mal, hast du die... Hast du die hergestellt? Moment, jetzt bin ich hier aber gerade ein bisschen... Konnte man die irgendwo herstellen? Brauchst du noch Rohlkopföl? Was für ein Öl? Das habe ich jetzt gerade noch mal in der Mache, ja. Ja, weil sonst hätte ich mir mal zwei, drei saures Futter gemacht. Ob du das brauchst für irgendwas zur Verbesserung? Im Moment brauche ich es nicht, nein. Dann mache ich mir mal dreimal das Futter. Hier ist es nicht drin. Was ist denn hier mit dem Ding, was hier die ganze Zeit steht? Eisenrahmen? Ach so, dafür brauchen wir das noch. Zwei Eisenrahmen. Ist das dieses Solarteil hier, ja? Ja. Hier habe ich jeweils zwei Eisenbahnen für. Nein, ich habe einen zu wenig. Warum? Sag mir jetzt nicht, du kannst Stahlbahnen herstellen, indem du Eisenbahnen machst und Kohle. Das weiß ich nicht. L-M-A-A. Oh, ernsthaft. Hä, hast du immer noch nicht zu Ende gebaut hier? Was denn? Ach so, Lehm. Ne, ich wollte das ja zu Ende bauen. Okay, dann machen wir... Dann können wir den Eisenteile machen. Hast du jetzt Eisenteile? Ich kann sogar Stahl machen. Nein, ich will keinen strahl, ich will Eisenteile. Nein! Ach, Mist. Das ist so blöd, dass das direkt auf die anderen über... Oh. Ach, da brauchen wir dieses Krummer. Ja, pass auf, sonst mache ich das Krummer. Krummeis. Krummeisöl. Kriegen wir das Krummeisöl? Ich frage mal meinen eigenen schlauen Block, weil da habe ich nämlich ganz viel hochgeladen. Ach nee, dafür brauchen wir das Solarding. Das Solarding muss als erstes fertig. Eisenrahmen, Eisenrahmen. Ach, was hier vorne noch ist? Mhm. Ja, Eisenrahmen bin ich gerade am machen. Ich brauche noch einen Barren. Wir brauchen einen Barren. Nee, wir brauchen mehr Barren. Doch, ich brauche noch einen Barren. Aber das dauert so lange hier. Ja, wach doch noch einen anderen Ofen. Ja, ich habe aber auch kein Eisen mehr. Hier ist nur noch einer an der Warteschlange. Das dauert ja nur zwei Minuten. Äh, wir haben kein Leben mehr. Ach scheiße, wie viel Leben brauchst du dafür? Zwölf. Warte mal, ich gucke mal eben. Was musst du denn mal für Leben machen? Das weiß ich gerade nicht. Ich bin immer wie blöde hin und her am Laufen. Ach so, den Steinstaub. Warte. Äh, zwölf. Zack. Das war jetzt ein Fehler, oder? Ich musste den Steinstaub, glaube ich, für eine Verbesserung haben. Ich habe nochmal reingemacht in den Dings, aber wir brauchen noch Steine. Hallo, ist doch schon gebaut. Ja, aber wenn du Steine... Du brauchst doch Staub wieder. Das können wir doch schon mal rein machen. Fortbewegung. Brauchst du Gummibeerenöl? Äh, nee, wollte ich mir eigentlich mal Futter machen, aber ich habe keins. Ja, sonst würde ich damit meine Kapazität vom Wasser, nämlich Wasser erhöhen. Äh, mit Gummibeeren? Hä? Ja, ich brauche 18 Gummibeerenöl. Wir haben 24. Ach so, ja, mach doch. Ich habe ja gar keine Verbesserung davon, deswegen. Wir haben kein Eisenherz mehr. Ach, hast du alles Eisenherz verballert. Kannst du nochmal zweimal rote Linsen herstellen? Wenn wir noch Dings haben, ja. Eine konnte ich herstellen. Aua, ich habe vor den Posten gelaufen. Mann, wer hat das hier alles in den Weg gestellt? Reichweite, Kraft, kein kräftiges Ohr. Ich brauche zwei blaue Linsen, zwei Elektronik aus Stahl und zwei Batterie. Ach du Schöner. Da liegen so zwei rote Linsen. Äh, blaue Linsen brauchst du? Ja, für den Erntesauger später. Ach so, warte mal. Ja, das wollte ich ja gerade machen. Naja, egal. Warte mal, zweimal blaue Linsen. Ich mache auch nochmal blauen Staub. Zweimal Elektronik aus Stahl. Ja, aber ich dachte, den hast du. Wie, den habe ich? Ja, den Sauge hast du doch schon verbessert. Ja, aber noch nicht auf den zweiten. Ja, weil du bist da überall eine Stufe über mir, deswegen. Nein. Wobei dem einen? Beim Bewässerungsschlauch. Da brauche ich aber schon wieder noch ein Level höher, damit ich das eine Gebiet reinigen könnte. Also, ich muss auf jeden Fall nochmal Eisen holen. Ja, oder ich... Und das nicht zu knapp, weil ich brauche auch nochmal drei Barren für die nächste Säge. Ja, aber wir müssen, Schatz, wir müssen diesen Eisenrahmen, zwei Stück, lass uns die mal bitte machen. Wo sind denn hier Eisenbarren? Ja, ich brauche dafür aber noch ein Eisen. Ja, toll. Damit ich das herstellen kann. Das sage ich doch die ganze Zeit. Ja, aber wir brauchen dieses Chromading. Und das kannst du nur in dem Solading hier machen, was hier rumsteht die ganze Zeit nicht gemacht wird. Ja, das brauche ich auch, weil ich fünf Öl brauche für die nächste Säge dann. Dann mache ich die nächste Säge und du machst den nächsten Sauger. Dann hast du ja schon mal verbessert. Wo sind das hier? Nee. Hast du mir die Linsen jetzt hingelegt? Ja. Ich denke, was kommt jetzt? Nein, wo ist der Bachen, den ich hier extra gemacht habe? Der ist weg. Ja, den habe ich ja aufgesammelt. Och, nee. Den kriegst du auch nicht, den will ich haben. Jetzt sehe ich dich das erste Mal... Ey, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass du da oben so ganz klein drin sitzt. Bisschen lustig. Aber ich brauche trotzdem noch einen Eisenbacher. Und warte mal, ich mache mir mal... Ja, aber ist kein Eisen mehr da. Was war das mit den Treppenkupfeln? Nee, da... War da das Holz? Nee, da wollten wir wegen den... Aber du hast den besseren Sauger. Ich nicht. Dann gehe ich jetzt noch mal. Aber das Kupfer... Nee, warte mal, wo ist ein Eisen? Eisen war hier bei dem Gelben, ne? Bei dem Gelben Wald, bei dem es gelben ist. Da war das, genau. Soll ich das holen? Äh, warum? Achso, hier ist die Gemütlichkeit nicht hochgegangen. Aber die wäre dann sowieso auf Stufe 1. Ähm... Nee, zum Gelben Wald. Du kannst noch mal gucken, ob du vielleicht nochmal Weichholz besorgen kannst. Wir brauchen da noch. Warte mal, habe ich jetzt nicht noch alles voll? Also 12 Weichholz habe ich noch. Ja, wir brauchen... Brauchten wir nicht nochmal Weichholz, um neue Beete zu machen? Dass wir nochmal ein, zwei von den großen Beeten machen können? Aber bitte genauso daneben stellen, wie es jetzt auch gedreht ist. Genau. Achso, stimmt. Hier kann ich die Viecher füttern. Jetzt ist es doch am Regnen. Die müssten doch eigentlich alle draußen sein. Hallo, ihr lieben Würmchen. Seid ihr denn noch alle draußen? Ich hole mal noch Staub, da kann ich mir auch nur rote Linsen noch machen. Du brauchst... Hast du den jetzt erweitert schon? Nee, ich brauche ja noch andere Sachen. Wie, du brauchst du andere dran? Also die blaue Linse... Warte mal eben, du brauchst zwei blaue Linsen für den Sauger. Das brauche ich dann entsprechend natürlich auch noch. Ach, die sind da am Schlafen. Die sind jetzt alle in ihren kleinen Löchern drin. Und ich brauche... Wofür brauchte ich denn jetzt hier rote Linse? Das habe ich mir jetzt natürlich nicht aufgestellt. Für den Erntesauger Reichweite erweitern. Dann brauchen wir drei rote Linsen. Das heißt, das eine haben wir noch. Zwei brauchst du, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und ich brauche noch mal drei. Ich hole noch mal von den Kristallen da welche. Ach ja, aus denen machen wir das, ne? Wenn ich noch mal blaue sehe, nehme ich auch welche mit. Aber irgendwie bin ich jetzt gerade... Bin ich jetzt hier falsch gelaufen? Ich glaube, ich habe irgendwie... Das ist das andere jetzt gerade im Kopf. Moment. Hier sind noch mal welche von diesen Dienern. Das sind ein paar Zweige, genau. Oh, jetzt bin ich auf jeden Fall falsch. Jetzt bin ich irgendwie außen am Laufen. Äh. Hilfe. Ich habe mich verirrt. Ach, da sind die Viecher. Da sind die Viecher. Macht der jetzt was? Ist das so einfach, der Weg? Warum verirrst du dich da immer? Was hat der denn jetzt da rausgeworfen? Pflanzenfaser? Oder willst du mich veräppeln? Ja, wenn du ihm einfaches Futter gibst, dann bringt er dir auch nur Scheiße. Nein, nein, nein. Nimm das doch auf. Nicht, dass das jetzt weg ist. Da kriege ich die Kotze. Ich hasse es. Warum muss... Hä? Oh, der hat nur nicht mal was... Ach, das ist ein blauer... Die haben einen blauen Kristall gegeben. Nein, es ist eine Schande, dass du es nicht hinkriegst, den Tag mal dann zu machen, wenn man darauf vorbereitet ist und nicht immer mittendrin, wenn man gerade was macht. Oh, ernsthaft. So, hier ist das Holz. Da sind überall diese Dinger, die wollte ich aber eigentlich nicht haben. Ich finde aber keinen Heisen. Ich bin jetzt irgendwie komplett falsch. Jetzt bin ich bei den Wiesen. Hä? Das kann doch nicht sein. Ich war doch hier... Beim letzten Mal war ich doch auch hier. Die Gameplayerin ist lost. Ja, aber total gerade. Ich bin hier immer noch bei dem Skelett. Da war doch in der Nähe das Eisen, oder nicht? Ich meine, ich bin dann hier rumgelaufen. Da komme ich doch aufs Gleiche aus, oder nicht? Hier bin ich doch nicht durchgelaufen. Hier bin ich doch hergekommen von der Seite. Ach, nein! Ist das dein Ernst jetzt? Ich habe hier komplett die ganze Runde gedreht, um dann festzustellen, dass ich vorhin nur einfach nach Rechtsseite gehen muss, oder was? Da oben war noch ein blauer Kristall. Wo waren die roten jetzt eigentlich nochmal? Bei uns irgendwo, ne? Die habe ich ja gerade geholt. Also den Staub. Also um den Staub zu machen. Oh, nein! Jetzt sag mir nicht hier... Ah, nee. Hä? Die Kristalle sind nicht da, aber Eisen ist noch da. Aber ich dachte gerade schon... Zwar nicht viel. Händler kommt auch wieder an. Aber besser als nichts. Weil wie gesagt, ich muss noch einen Eisenbarren machen, damit ich das Ding aufbauen kann. Was du dann danach damit machst... Ne, egal ist es mir nicht, weil ich brauche da noch Eisenbarren für eine Erweiterung. Dreimal für die Säge. Ja, super, dass du dann nicht dieses Solarding erstmal machst, aber gut. Mach, wie du meinst. Ne, wie gesagt, eins nach dem anderen. Hm. Bauen hat erstmal Vorwand. Aha. Da gehe ich jetzt da rum zurück, ja. Danach kommen dann erst wir. Ein Brunnen? Ist das auch ein richtiger Brunnen? Der kostet 700, aber ich habe nur 100. 700 könnte man... Ja, was heißt ein richtiger Brunnen? Das ist ein richtiger Brunnen, aber da wird wohl kein Wasser rauskommen, nämlich mal... Ein dekorativer Brunnen. Wasser ist nicht möglich. Das ist halt ein dekorativer Brunnen. Ja. Kannst du behalten, die Scheiße. Ja, wobei schön aussehen tut es ja. Also wir brauchen ja auch Dekorationen, um unser Level höher zu kriegen, ne? Darfst du auch nicht vergessen. Ne. Ich gebe das Geld im Endeffekt nur für die Dekoration. Ich habe hier sogar ein Teservieschen gebaut beim letzten Mal. Ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Ne. Hier, unser Dings hier ist wieder ein bisschen größer geworden. Unser Kann-Ding. Die Ötzel-Möcks sind auch fertig. Die Mürtzel-Dingsbums. Hast du schon die Vogelscheuche, die unsere Fellfrüchte bewacht? Ne, noch nicht. Ja, aber die bewacht. Die soll ich die mal holen? Die kann ich mir gerade noch leisten. Ich habe nämlich fast gar kein Geld mehr im Moment. Hier. Der, den ich gefragt hatte, er wusste aber jetzt nur den englischen Begriff, der meinte, das ist im Stepstone Peak. Aber wenn ich auf der Karte gucke, wüsste ich jetzt nicht, was er mit Stepstone Peak meint. Hä? Es gibt nur ein Ding. Oh, nee, ne? Es gibt nur eins, was Treppengipfel heißt. Und Peak ist ein Gipfel und Step ist die Treppe. Treppengipfel. Den ich freigelegt habe. Das. Da unten. Was gibt es da? Was würde es da geben? Äh, ja, das würde, ach dann, oder sind das dann diese Pflanzen, die jetzt neu da sind? Da soll diese, äh, Chroma-Dingsbums, äh, wo wir die ganze Zeit von reden, soll es da geben. Dann gehe ich da doch mal hin. Wo soll es die da? Äh, da, 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 da. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kurzen Cut mit der Folge und der Epi, der rennt schon wieder voraus hier. Wir machen einen kurzen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir auf den verzweifelten Weg gehen. Ist das die Vogelscheuche? Ja. Geh weg. Oh mein Gott. Ich dachte, du hast deine Klamotten ausgezogen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir den verzweifelten Versuch machen, diese komischen Chroma-Dingsbums-Zeugs da abzusuchen. Und wenn ich die Gameplayerin von der Clip beschmeiße. Oh Gott, ich laufe schon mal hinterher. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.